Noch 16 Tage bis zur Bundestagswahl. Auch hier in Mannheim wird am 26. gewählt. Noch haben sie die Chance, ihre Stimme per Briefwahl abzugeben. Diese kann man per Post oder online beantragen. Ron-Reporterin Alicia hat sich für den digitalen Weg entschieden. Einmal gibt es einen QR-Code, dann ist schon alles vorausgefüllt. Das habe ich natürlich nicht gesehen. Ich habe es dann einfach nochmal online, mein Name, meine Wählernummer, mein Wahlbezirk, alles Mögliche eingegeben, habe es abgesendet und zwei Tage später waren dann die Unterlagen im Briefkasten. War ganz einfach. In dem Umschlag befindet sich eine Anleitung. Zunächst werden die Kreuzchen für die Erst- und die Zweitstimme gemacht. Der Wahlzettel kommt in den blauen Umschlag, der dann zusammen mit der eidesstattlichen Erklärung in den roten gesteckt wird. Dann heißt es ab in den Briefkasten. Die Reise beginnt zunächst ganz normal im Postauto, mit dem die Briefe ins Wahlzentrum gebracht werden. Gehen auf dem Weg dahin schon mal Briefe verloren? Die Wahrscheinlichkeit, dass das passiert, ist außerordentlich gering. Wir arbeiten dazu nicht mit einer Adresse, an die der Brief zurückgeht, sondern wir haben eine eigene Postleitzahl. Bis zum Wahltag um 15 Uhr werden alle Briefe gelagert. Dann erst werden die roten Umschläge geöffnet und geprüft. Die blauen kommen anonym in die Wahlurnen, genau wie alle anderen Stimmen an diesem Tag auch. Auch Alicia hat ihr Kreuzchen gemacht und schickt ihren Brief auf die Reise ins Wahlzentrum.